Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel im Angespielt Goliath. Wir schauen mal rein, Valebox hat es gemacht und wir haben hier eine Intro. Alles klar, wir sind anscheinend mit am Flugzeug abgestürzt auf einer fliegenden Insel. Schon mal sehr mysteriös, aber wir gucken, was uns jetzt erwartet. Ah, okay. You can chop trees and collect resources. Press A, okay. Ah, aha, okay, cool. Oh, wie geil. Hau hin, schneller, mehr, ich würde... Ah, alles klar. Hey, keine Bäume fällen. Und, was habe ich hier? Was ist? Fear Tree. Die Grafik ist ja geil, hey. Reinsummen ein bisschen, raussummen ein bisschen. Die Grafik ist ja schon mal recht nice. Da gibt es ja überhaupt nichts zu meckern, hey. Das ist eine wunderschöne Comic-Grafik. Können wir springen? Ich kann schießen. Irgendjemand hat den Hasen erschossen. Nooo. Da gibt es sogar Münze. Okay. Was zum Essen? Zweige. Jawoll. Hey, das ist ja... Wir sollten hier, glaube ich, weitergehen. Gather Berries. Wir sollten Bären sammeln. Das machen wir mal. Oh, was haben wir hier? Feinde. Ah, schaut aus wie ein Hündchen. Oh, so genial. Press 2. Unsichtbar werden. Ja, was ist denn hier los? Wieso werden wir jetzt auf einmal unsichtbar? So, haben wir jetzt hier alles eingesammelt? Jawoll. Oder? Noch nicht wirklich. Wieso hätte ich unsichtbar werden sollen? Oh, hier gibt es Bären. Oh. Nö. Geh nicht. Jawoll. Perfekt. Okay, dann sind wir quasi schon mal zumindest gegen Verhungern. Abgesichert möchte ich fast nennen. Was sollen wir jetzt machen? Prepare for journey into the camp. Aha. Press 1. This place looks dangerous. Ah. Sollten wir wieder zurückgehen? Wir müssen in der Nähe von unserer Crash Site. Unser Camp bauen. Hier schaut es einfach zu gefährlich aus. Rechts in der Minimap wird auch angezeigt, wo wir das bauen können. Aber wir bauen einfach hier. Zumindest probieren wir das. Oh. Das geht ja recht zügig. Hase. Ha. 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 Das war böse, ja. Stimmt. Make coal with logs or branches into the bonfire. Jawoll. Da haben wir mal logs rein. Okay. Und die Grafik. Das ist aber schon geil. Und haben die erste Kohle gemacht. Und die zweite Kohle gemacht. Und die... Wir wissen, wie man Kohle macht, Freunde. Also jetzt hier ist total real. So. Lassen wir das erstmal, damit uns noch ein bisschen was übrig bleibt. So. Da müssen wir Medizin. You can craft items in your tent. Craft something to heal yourself. Da machen wir das einmal zu. Gehen wir zum Zelt. Und hier können wir Healing Ointment. Okay. Kohle und Berries. Dann craften wir das einmal. Ich will es aber gar nicht übertreiben. Das heißt, ich will hier gar nicht übertreiben. Und wir können... Sollen. Wir sollen nicht. Wir können. Wir sollen das essen. Auf Z. Ist glaube ich sehr... Schaut für mich aus, als wäre es hier wirklich für die Xbox- oder Controller-Steuerung gedacht. Aber macht ja nichts. So. Level 2 erreicht. Plus 20 Health Points. Oh. Unser Wrack. Brennt. Aha. Irgendwer funkt uns an. Da sollten wir mal eben fix rüber. Oh. Oh. What? Radio. Could it still be working after the crash? Niemand there? Okay. Aha. Gromov. Gromov. You made it, buddy. It... I thought you were gonna... Where are you? Okay. Cool. The day... Oh. 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 Gott, das kriege ich von der Geschichte nix mit. Muss ich ehrlich. Ihr wisst, im Englisch is not very good. Das heißt, wir gehen jetzt mal in den Norden und hoffen drauf, dass wir dort irgendwas cooles finden. Oh. Also, das war nix cooles. Sagen wir es so. Get rid of the monster. You've made it safe inside the fuselage of the... Okay, the monster beats on the out. Okay, das monster ist draußen. In front of you are a ray of switches, throttles and buttons. Okay, activate the landing gear. Wiggle the control stick and the battles. Kann ich doch entscheiden, was ich machen soll? Ich werde jetzt einfach mal... Wiggle the control stick and the battles. Wump, wuppa, wuppa, wapp, wapp. The flaps, okay. Okay, es hat nicht wirklich gut funktioniert. Doink, the landing gear pops out and poops. The monster in the nose. The monster is surprised at night and confused. Okay, das monster hat alle Zustände, nur hat es nix gebracht. Ah, ah, ah. KASCHUM! Neon damage, right, engine turns over. Something inside, it explodes. Ah, shit, man. Ja, Justin, wir haben ein big Problem, hä. Ah, wir sollten, ich würde gerne, wir sollten beginnen. Ich habe nämlich eine Idee. Oh, das meint ihr als Tod? Aha. Ah, ich hätte das gerne erfahren, muss ich ehrlicherweise gestehen. Das Problem ist aber mein Englisch. Mein Englisch ist, wie gesagt, ich kann ganz, ganz einfaches Englisch sprechen, ja. Ah. 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 Der ist heftig, er ist heftig. Oh, Schießen ist geil. So, ich kann ganz einfaches Englisch sprechen, aber lesen und verstehen. Bad tree. Okay, habe ich den Baum getroffen, wer tot ist? Egal. Die Kamera kann man drehen. Cool. Hey, was haben wir hier? Den Obelisken? Wow. Ich muss aber gestehen, gleichzeitig auch, wenn das Drehen cool ist, die Kamerasteuerung ist schon ein bisschen böse. Teleport Device. E. Achso, wir sollten hier, ah. Welcome to your new home. To build structures. Press one. Inside the glowing circle. Garage, Weapon, Konstruktion, Laboratorio, Goliath, Konstruktion. Das heißt, der einzige, irgendwer stöhnt da und ich bin es nicht. Ah, das habe ich schon alles. Ah, cool. Ich brauche jetzt einmal ein bisschen hier, vollgas, haben wir hier was herinnen, was ich brauchen könnte. Kohle, Kohle. Mit nur mehr Kohle in Form von Coins. Oh, jetzt geht es aber hin hier, Freunde. Da haben wir Healing, da haben wir Repair Kits, da haben wir Skins, da haben wir Scrap und Wootengeer. Das ist ja hier aber nicht einmal wenig, möchte ich betonen. Und hier haben wir noch einmal Coins. Für was ich immer wieder die Coins brauchen aktuell, kann ich mir es noch nicht wirklich erklären. Oh, hier haben wir Büsche. Büsche, Büsche. Ich werde hier mal beginnen. Wow. Okay, 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 okay. Die kommen da nicht rein, das ist ziemlich praktisch. Aber ich kann es von innen raus erschießen. Oh no, ich erschieße das, was ich erschieße, ist der Baum. Hi, hi. Wow. Hi, hi. Okay, das ist ziemlich easy going hier. Wow. Ich will es nicht übertreiben, aber ich brauche sicher so ein Spinnennetz, damit ich irgendwas cooles bauen kann. Bleib stehen, Herr St. Ai, ai, ai. Wow, okay, komm nicht näher, ich tue da nichts und tue es mir nichts. Okay, okay, okay. Dann lasst du, wir können gerne drüber reden. Wow, der war schlecht. Habe ich unendlich Munition? Eigentlich ist es mir egal, wie viel Munition ist. Ich mache ihn gefährt. Oh, no, 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 no. Die Musik da gleich einmal losgeht und ich weiß, wie sie sich einkriegen. Oh, Spinnennetz und Kittin. Was hast du? Ein Dead Tree haben wir hier. Was ist das für eine Womba, Womba Statue? Kommt, ich wollte gerade sagen, kommt hier. Ich würde gerne einmal meinen ersten Roboter, um das geht es ja eigentlich. Gems. Oh, Freunde. Cool. Edelsteine. Kann man da jetzt irgendwen befreien oder irgendwas? Nicht wirklich, gell? Schade, schade. Okay, gut. Kann man nichts machen, aber für das, dass man nichts machen kann, Oh, es ist hier. Für das, dass man nichts machen kann, man schon einiges gemacht. Möchte ich ja nur betonen. Ist nicht so, dass man gar nichts machen kann. Also man kann, vor allen Dingen, die Grafik ist geil, aber das haben wir schon erwähnt. So, Freunde, machen wir hier mal Fire, beziehungsweise Perfect for a Wedding Ring or a Death Laser. Ja, entweder oder, ne? Machen wir gerade. Oh, cool. Ah, kann man nicht auswählen, wohin man es baut. Bisschen schade, aber wir können jetzt hoffentlich hier den Goliath bauen. Unseren ersten... Ist da Blitz eingeschlagen? Geil. Muss ich natürlich gleich auch ausnutzen. Das war sicher kein Blitz, sondern höherer Beistand. So. This is your Goliath Construct. Here you can build Goliaths from different parts and rebuild your broken Goliaths. Oh, geil. Oh, geil. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich weiß zwar nicht, wie der Junge heißt hier, aber er schaut ein bisschen aus wie Blitzcrank. Okay, kennt wahrscheinlich. Wurscht. Egal. Schaut ein bisschen aus wie ein Roboter mit Holz und Eisen. Okay, so. Kennt jeder. Ich würde den gern bauen. Ich merke noch gerade, mir fehlen Zweige und okay, mir fehlt hier noch mehr. Was blöd ist, aber ich muss hier als Aufgabe meinen ersten Goliath bauen. Das heißt, wir werden uns jetzt Äste und Zweige verschaffen. Und mit jedem eingesammelten Stück komme ich da einen Schritt näher. Puh, 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 puh. Okay, perfekt. Rausszoomen haben wir schon gelernt. Ja, lassen wir die Kamera so. So, nochmal Zweige. Ei, 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 das habe ich doch hier, habe ich keine Zweige. Ich habe Twix. Oh, war ein Zweiges. Was ist denn da schon wieder ein Blitz eingeschlagen? Okay, wo haben wir hier Autosafing? Wo haben wir hier Büsche? Hier haben wir Büsche. Überall Büsche. Muss ja doch schon mittlerweile ausgehen, oder? Ich mag es nicht übertreiben so, aber ich glaube, jetzt haben wir dann schon definitiv genug. Okay, perfekt. Dann laufen wir mal zurück und gucken wir nochmal. Was haben wir hier, Freunde? Ach, die Heilung für unsere Goliaths. Oder für unseren Goliath. Okay. Und die Heilung für uns, natürlich. Alles, beides, sehr, sehr sinnvoll. Schauen wir mal. So, was haben wir hier jetzt? Oh, Freunde, hier können wir... Craft Goliath. Nice. Oh, perfekt. Der schaut fast so aus wie ich, möchte ich betonen. Nur ein bisschen größer. Okay, wurscht. So, kann ich jetzt irgendwas mit dir tun? Mein böser, großer Bruder. Oh, Hals Goliath. Leichtgewicht und mobiler Goliath. From environmentally friendly materials. Ah, aus... Okay. Breast space to quick roll in the selected direction. Okay, Katapult. Overdrive. Geil. Ah. Ich hab Nüsse auch noch, was ich... Das tut mir... Oh, 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 oh. 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 Äh. Äh. Wie geil ist das, Alter? Kann man hier... Was ist das für ein Schlag gewesen? Das war jetzt ein Spezialschlag. War das ein Rundumschlag? Egal, Alter. Wie geil ist das? Sitzen wir da drinnen? Oder haben wir den... Wie haben wir das... Wie haben wir das gemacht? Ich meine, normalerweise bin ich schon sehr affin, was die Spiele betrifft, die ich spiele. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Positiv. Äh, natürlich. Oh. Ist das ein Katapult? Oh. Wow. Ich hab ein Katapult. Kann ich. Wow. Wie geil. Man muss jetzt nicht erklären, Freunde, dass... Ich möchte mal normal... Okay. Ich wollte gerade sagen, ich möchte mal normal hier... Alter, boah, wie schnell man mit dem Holz farmen kann, ist ja voll der Cheat Hack Modus, aber irgendwie so geil und logisch, dass es schneller geht, ja was können wir hier jetzt machen, Find Crystals, 1, 2, 5, wieso noch 1, 2, 5, ich kann hier, ich erinnert mich so ein bisschen an Warcraft, an so Goblins für das Holz, also diese Anzüge für die Goblins, oh geil, oh, ah, wenn man eh hält, dann sind wir, oh, geil, Freunde, ihr merkt es, ich bin gerade ein bisschen verblüfft, verwirrt und erfreut gleich, ich kann gerade meine Gefühle nicht in Worte fassen, Stone Boulder, was ist das, oh, geil, oh, wie süß, der da Holz sammelt, so, wieder halten, raufhauen, raufhauen und wieder halten, oh, Freunde, Freunde, also normalerweise macht für mich Sinn angespielt am Part lang, aber ich glaube, hier macht es schon Sinn, dass wir mehrere Parts machen, zumindest, das ist ein zweites Mal, auf jeden Fall, schreibt es mir bitte in die Kommentare, ob sie das Spiel genauso geil findet, wie, das würde mich, da braucht man überhaupt noch mal drüber laufen, lol, ah, okay, kann man nicht sammeln, weil der Kollege das zertrampelt, das ist, ist blöd, okay, das ist blöd, aber für Steine kann man den, hier oh 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 ich habe jetzt gerade meine Fähigkeit, mein Overdrive aktiviert, jetzt haut er den Schaden raus, aber man muss mir schon aufpassen, also manche Sachen verschwinden, wenn man draufhaut, manche, okay, am besten mit E, das Ganze und wir haben Kristalle gefunden, müssen aber noch mehr finden, also wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, auch, ob Sie gerne mehr sehen wollen, als von dem Spiel Goliath. Ja, und dann denke ich mal, wir werden uns beim nächsten Mal wiedersehen. Würde mich sehr freuen, Freunde. Bis dann. Tschüss.